Eine Frau fährt 98 Prozent, das heißt eine Kurve nicht 100 Prozent scharf rum, sondern sie lässt vielleicht noch so viel frei. Darum glaube ich aber, dass auch beim Formel-1-Rennen nie eine Frau vorneweg fahren wird. Die kann genauso schnell hinterherfahren, aber sie wird nicht vorneweg fahren als Erst- und das Rudel Männer hinter sich. Das halten ihre Nerven nicht durch. Da, glaube ich, ist eine Frau anders. Komischerweise habe ich nie einen Fahrerkurs mitgemacht, wo man lernt, richtig Auto zu fahren. Das bedauere ich eigentlich heute noch. Das Auto kommt aus Amerika. Dort ist es, also es ist in Spanien gebaut worden. Es ist ein spanisches Auto, Schweizer Konstrukteur, darum heißt es Hispano-Swisser. Jetzt habe ich vor ein paar Jahren ein Buch gelesen über eine Dame, Kleronore Stinnes, die 1928, 1929 als erster Mensch um die Welt gefahren ist. Und ich fand es so faszinierend, dass eine Frau der erste Mensch war, der um die Welt gefahren ist. Und das habe ich jetzt seit zwei, drei Jahren in meinem Kopf und jetzt reift die ganze Sache. Und in zwei Jahren möchte ich die ganze Strecke nachfahren. Schöne Corvette. Es war nicht immer leicht in der Männerwelt. Kann man sagen, es waren ja nur Männer um einen herum. Vielleicht aber gerade als Frau wollte ich Dinge ändern. Und ich habe mir einfach erlaubt, als Frau darüber zu sprechen und darum zu kämpfen. Früher hat man mit dem Auto gearbeitet, die Kunden, man hat es geliebt und man hat natürlich auch was verdient. Aber das stand nicht so wie heute an erster Stelle. Und das ist heute bei den Händlern sowie bei dem Management von der Autoindustrie einfach das einzige Interesse. Wenn ich denke, bei GM sind im Vorstand in Amerika 13 Leute, einer ist da von Automan, zwölf sind Banker. Aber man muss die Liebe dazu haben und nicht nur Anders, Entschuldigung, verdammte, dreckige Gelddenken.